Hallo, heute stelle ich euch unsere App VoiceChanger Plus vor. Ist eine App, mit der ihr eure Stimme in verschiedene Tiere verändern könnt. Ist kostenlos, die einfache Variante, möchte man dann die Plus-Variante, wo ich dann meine neuen Töne per Mail an andere weiterschicken kann, muss ich Geld dafür zahlen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir sehen schon, es sind wirklich einige Auswahlmöglichkeiten. Machen wir jetzt einfach mal einen Roboter an, drücken auf Aufnehmen und sagen dann was. Hallo, ich bin ein iPhone. Drücke auf Stop. Hallo, ich bin ein iPhone. Dann wird generiert, aber man sieht schon, ich höre mich jetzt wie ein Roboter an. Hallo, ich bin ein iPhone. Klicke jetzt auf Erledigt, komme ich wieder zurück ins Startmenü und kann mir eben etwas Neues aufnehmen. Siehst du den schönen Hai? Siehst du den schönen Hai? Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Mehr kann ich so leider nicht machen. Dazu muss ich dann hier auf Upgrade klicken und muss mir für 1,59 Euro die geupgradete Version kaufen, wo mir eben schon gezeigt wurde, ich kann da dann die Aufnahmen speichern, kann sie per Mail weiterleiten, kann sie als Klingeltöne machen und kann sie auch bei Facebook und Twitter posten. Natürlich möchte ich das Ganze umfangreicher nutzen, ist dieses Upgrade eigentlich unerlässlich, aber ich denke auch so kann man ganz nett Spaß damit haben, indem ich eben einfach witzige Sachen aufnehme. Piep, piep, piep. Je nach Art sieht man schon, dauert das Generieren etwas länger, aber für zwischendurch eine ganz lustige App und da sie kostenlos ist, kann man auch hier wenig falsch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.